Der Gunnar und ich, wir haben zwar schon lange unseren Rang im Rank nicht mehr auf Spiel gesetzt, aber prozentuell? Ja. Ich weiß noch, diese eine Truppe mal. Hey, welchen Rang habt ihr? Kupfer 4. Was? Ehrlich? Und dann bist du am Ende einfach MVP. Und wir gucken dann so, was? Tja. So, keine Experimente. Genau. Legen wir los! Legen wir los! Alles klar, Keller. Der Drone hat eine Bombe. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist sowas von vorbei. Der Drone hat eine Bombe gefunden. Für uns, oder was? Ich sag doch sowas nicht. Oh nein. Jetzt lebe ich los. Alle aufgedeckt. Save the Drone. Die brauche ich bestimmt später nochmal. So. 10 Sekunden zur Insertion. Ich kann nicht mal hochfahren in den Raum über der Garage. 5 Sekunden. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oben sind zwei über dem Raum. Meyer. Der Drone. Der Drone ist bereit. Ich gehe auf die Tür zu und er feuert schon eine Sekunde, bevor ich auch nur an der Tür ankomme. Oh. Hennen. Ich komme mal zu euch, das ist mir hier. Warte. Oh, Entschuldige. Oh, egal. Ich habe schon gedrückt gehabt. Okay, der vordere Bereich ist frei, Gunnar. Hinterm Auto ist einer. Scheiße, 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 Scheiße. Ah. Die ist auch noch verstromt. Fuck. Scheiße. Ah, Mann. Ja, ich bin da, wenn ich bei A. Ah, du Lutscher. Komm lieber her, wo wir sind. Ah. Komm, eins. Ist beim Muten hier, der Typ. Ja. Ja, wir sind alle auf der anderen Seite der Map. Der ist ums Haus rumrennen, irgendwie zu ihm hin oder was? Und, nee. Ah, ich habe gesagt, dass du nicht sicher bist. So, der User ist noch nicht in deinem possession. Friendly, der letzte Operator stand. Dispatch to Oscar-4-1. Was ist der 20? Dispatch to Oscar-4-1. Please respond. Oscar-4-1. Ob 4 eliminatet, all Friendly's. Jetzt muss das zweite Garagentor noch entstromen sollen. Das ist nämlich super, wenn man in beide ein Loch reinmacht, dann kannst du super die Garage stürmen. Ja, dann hast du keine Deckung mehr. Nein, ich hätte, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte, ich habe einen Fehler gemacht. Das war ein Schritt, der wir verloren haben. Ich hätte den Bandit kriegen müssen. Der dahinter, der hinter dem Auto saß. Ich wusste, dass er da ist. Aber ich habe kurz die Kamera weggeschossen und in der Sekunde kam er raus. Das hätte ich gar nicht machen sollen. Das ist doch nicht so, als hätte der Typ, der rumgemeckert hat, übergeleistet. Ja, ich meine, das ist doch Schwachsinn mit A, weil der, hat man jetzt gesehen, der, ähm, Echo war ja hier in dem Zwischenraum, der war ja ruckzuck wieder nahe gewesen, oder, der war ja hier, ne? Der hätte ja sofort, wenn du da irgendwo hättest reinkommen wollen oder so, intervenieren können. 10 Sekunden. 5 Sekunden in County. 4 zu all! Op 4 ist ein Bomb. Das sind welche. Hier ist ein Fenster auf, habe ich jetzt jetzt gesehen. Hm. Hier ist keiner auf dem Dach. 5 Sekunden in County. 5 Sekunden in County. 5 Sekunden in County. 6 Sekunden in County. 5 Sekunden in County. 4 Sekunden! Max, würde ich kommen? Wir wissen alles ruhig, aber. Okay, Hibana hat einen Teil des Tors aufgemacht. Wir sind von 6 Sekunden in County. So, jetzt kommt man bis wieder rein und raus aus der Garage, darum ging es mir jetzt. Oh, no. So, jetzt hab ich auch was gemacht. Sehr schön. Obwohl, wir haben es ja eigentlich unten gewonnen, ne? Wie kriegen sie es ja nicht nochmal? Doch, im Casual durchaus. Ja. Das meine ich. Ich meine nicht. Er ist in der Verlängerung wieder. Nein, war das nicht hier auch so? Ne, mir ist Zufall. Mir ist jedes Mal Zufall. Aber diesmal sind sie nicht im Keller. Jetzt müssen sie nicht in der Garage. Ganz oben. Das ist der Angriff, der echt immer am besten funktioniert. Ah, ich bin. Das ist schon mal gut. Dann geh ich wieder vom Start und schon mal was ran. Schon mal vorher die Kamera legt. Ah, warum guck ich auch, ey? Ah, da ist die Tür okay. Ich wollte eine Clemo an die Tür stellen, aber wollte ein bisschen, dass es ein bisschen rein zeigt. Das ist natürlich saudumm. Warte, ich hole den Diffuser. Der Puls ist da am Flur. Dann los. Ich hab ihn. Oh, die fragt mich nicht sicher, dass es da ist, ne? Der Krieg ist nicht sicher, außer der Tod. Ja, das ist wahr. Das ist ja sehr optimistisch. Was? Mark! Ich war aber eigentlich weit davon weg. Jan die weg dann in den Moment, oder? Daddy? Ich bin nicht geboren. Ah ne, das war der links von dir am Fenster Kannst weit auch rein und durch den Kleiderschrank oder so Das schafft es an der Werbung Das ist ja mal richtig amok gelaufen Ja, wunderbar Das lief jetzt echt supergeil, ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet dass es trotzdem noch funktioniert so Ich versteh gar nicht wie die mich gekillt hat, ich war eigentlich weit genug weg Vielleicht einen Millimeter zu nah dran oder was, keine Ahnung Du hast dir wieder mit deinem Messer das eigene Seil durchgeschnitten Das wäre echt cool, wenn sowas ginge, wenn du so ein Messer am Seil hängst oder wenn du vorerst so dein Seil durchschießt oder so Das wäre cool, ey, das ist aber so Ich erinnere mich, ich bin gerade sehr schön an die Szene, wo wir alle im Tower sind Im Fahrstuhl, aber das ist die Gunnar von unten und so Uaaaaaah Fällt durch das Loch in die unterste Etage Wenden, ich muss Das war nicht gar nicht so lustig Beine, Beine in der Milch Hm Hm Ich hab hier nichts, ey Ey, du wirst immer noch mehr, ne? Ja Ich hab's gut Ich hab's gut Ihr habt noch mehr zu Hause Ich hab's gut Dann irgendwann meiner sich nicht erinnern Ich hab's gut Ich hab's gut ach ja dann das schon wieder der moll floh ich habe schon reportet war schon wieder passiert ich weiß nicht wie die kleine strenger der schießt mich ja vielleicht weil du die rüstung kaputt gemacht hast du hast sie nicht gemacht doch ich hatte das die letzten runden zu oft dass sie irgendwo steht und dann holen sich die gegner die einfach es wäre eigentlich mal cool wenn so feedbacks kommen würden wenn jemand gemeldet hast wenn der mal irgendwann gebannt wird also die machen das tor auf die sind schon in der garage gewesen haben das die wand zum kraftraum aufgemacht das ist ja er einer ist durch die rache in den kraftraum gegangen natürlich das geht natürlich auch mit auf seine kraft hier sind ich würde mich warum nicht unten einfach planen werden so ein trotteln mit dem diffuser am arsch der welt ich werde das von links kamera er war deutlich aber aber da braucht es ja nicht mehr viel machen der typ der war ein und andere schön ohne visier nein noch mal verteidigen ach ich bin ein hirny und kamera kann ich doch drauf halten wenn er mich angreift der geht doch nun downstate und das ist ja gut aber das steht ein bisschen später die flurwand mal komplett rausnehmen ist sogar eine drohne mit erwischt natürlich zwei wände aber die das müsste man eigentlich auch von unten hier in die ecken schießen können na guck mal so geht's doch auch jetzt hab ich den tinnitus danke für überhaupt nichts exakt warte ich fände das auf habe ich gerade festgestellt was wie geht das denn vom vorder also die killcam und das was gerade passiert ist ja völlig merkwürdig das das was was Max! Jetzt nicht mehr! Ich habe es gekriegt, da ist die Barna gekillt. Aber doch noch einer am Fenster. Ich habe beide gekillt, die tot sind. Aber ich glaube nicht, dass die die letzten drei wegholen. Zumal sie nur den einen Raum bewachen. Und nicht den, der die ganze Zeit angegriffen wird. Boah, kein Glück, ey. Den haben wir auch noch gekriegt. Ich könnte einfach warten mal, oder so, anstatt... Bringt ihm jetzt was? Genau, jetzt da warten, wo du viel weniger AP hast und der Gegner genau weiß, dass du da bist. Anstatt vorher. Wobei das noch nicht der Fall war. Der hat so ein Glück, ey. Ey, der hat so ein Glück, ja. Muss doch treffen. Die lebt doch gar nicht mehr, ist doch scheißegal mit den Handys. Hier muss einer reingesprungen. Aber wo? Ich habe das irgendwo links von ihm gehört, aber wo will er da springen? Im Bad vielleicht. So weit weg, das war viel zu laut. Ach, vom Dach auf das Vordach runtergesprungen, da hat man sie durchs Fenster gehört. Ja. Deswegen auch ein bisschen links, weil er rechts vom Türdurchgang war. Deswegen haben sie wahrscheinlich ein bisschen mehr links gehört als rechts. Ey, der hat einen Lack, ne? Die rennen eben alle freiwillig in die Kanone, ey. Richtig. Voll schlimm. Bist du so einer, der nur Scheiße macht der Rest alles wieder raus, da ist das total fit Arsch. Das war für uns jetzt gut, aber... Ah, ich weiß irgendwie auch nicht. 10% Nö, nix getroffen mit 16. 14%, mal gucken. Na, war dicht dran gewesen. Nee, leider auch nicht. Nee, leider auch nicht.